Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute Abrufmethoden für 3 Bälle. Ihr braucht dazu natürlich 3 Bälle. Was müsst ihr können? Ihr müsst natürlich einmal mit 3 Bällen schenkelen können. Falls ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch hier verlinken. Wenn ihr das könnt, könnt ihr eigentlich loslegen. Abrufmethoden 1. Die nächste Bälle, 2 vorne, 1 hinten. Und dann werfen die vordere zuerst und dann die hintere. Das ist der Flore. Ich bleibe das Ganze jetzt noch einmal in die Zeitlinie einbauen. Wir drehen das Ganze um. Es hat einen Ball vorne und zwei hinten. Wenn man es kann, sieht es ganz so aus. Ich blende jetzt noch mehr in die Zeitlinie ein. Hier werfen alle Bälle nacheinander hoch. Wenn man es kann, sieht es so aus. Ich zeige euch, dass das Ganze jetzt auch noch einmal in die Zeitlinie einbauen ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch noch einmal in Zeitlinie. Zwei Bälle. Ich bin in der Satin. Ich habe eine Ball in der linken oder rechten Hand und die anderen Ball in der anderen Hand. Dann werfen Sie zuerst die beiden aus der rechten Hand hoch. Und dann, wo zwei Bälle sind. Und dann die aus der linken. Sieht dann so aus. Abrufmethode 6 ist das ganze einfach umgedreht, ihr habt zuerst den einen Band hoch und dann die anderen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare, ich würde mich auf den Fliegenfall freuen, über Vorschläge, Tipps oder Feedback und ich würde auf den Fliegenfall antworten. Ansonsten sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder, bis dahin, ciao!